Hey Leute, ich bin's, MacPaperick. In diesem Video zeige ich euch einmal, wie ihr bei TikTok herausfinden könnt, ob ihr blockiert wordet. Ja, entweder geht ihr in die Liste rein, wo ihr halt eure ganzen Kontakte habt, denen ihr folgt. Wenn ihr da schon mal nicht zu finden seid, könnt ihr misstrauisch werden, aber richtig herausfinden könnt ihr das, indem ihr einfach mal hier in der Suche mal einen eingibt. Ich meine jetzt mal, dass ich von TheHandyMan81 blockiert werde. In dem Fall sehe ich jetzt hier, ich habe Einsicht auf das Profil. Ich bin also offensichtlich hier nicht blockiert. Würde er mich jetzt blockieren, hätte ich keine Einsicht hier auf diese Videos. Das ist aber nur ein Anzeichen. Es könnte ja auch sein, dass er sein Profil privat eingestellt hat. Dann sehe ich natürlich keine Videos. Wenn ich jetzt aber hier auf Folgen klicke und das dann eben nicht geht, dann weiß ich, dass ich blockiert worden bin. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer MacPaperick. Bis dann, euer MacPaperick.